hallo willkommen zurück zu einer weiteren folge ab durch die hecke ja dritter anlauf mal gucken wie es diesmal klappt wau oh mein kot hat wirklich nicht so gut geklappt natürlich kommen auch die von hinten jetzt was ist gerade passiert daneben warum geht das ding nicht kaputt? hä? was geht denn jetzt ab? nein 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 also in den großen mann ok irgendein grund aus habe ich das spiel kaputt gemacht? ag das ding nicht kaputt und b hier Hä? Hä? Äh? Hä? Ein Inklang wirklich? ja toll hat er jetzt ja downloads gemacht kommt es mir gerade also kommt mir gerade einfach vor war aber wow muss das so sein nein doch nicht wenn ich gerade trinken will also wütze, ja? ne, groß, mach kaputt hui blim 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 Wow, PoloBomb Hey, Beyblade, Beyblade, yeah Beyblade, Beyblade Wow, oh oh So, das war die letzte Heilung überhaupt Und der Baum ist fast kaputt, aber... ...müsste der nicht... ...durch den Boden durchgebrochen sein? Eigentlich... ...dachte ich so? Was mich schlecht irritiert, ich meine, wie komme ich dann an meine Seelen ran? Okay, Bombojage, ich verstehe Ach, rechts ist da wieder so ein Kommunist, ey Ah... Oh, oh Ach, na... Das ist wirklich sehr knapp Oh, ich hab mir etwas verkommen, zu kommen Warum? Muss das so sein? Höh... Höh... Okay, das war knapp Das war sowas von knapp Oh mein Gott, ist das knapp Ich bin in der Ecke Raus aus der Ecke Steh auf, Mann Ah, keine Ahnung Keine Ahnung, ich glaub, ich hab das Spiel kaputt gemacht Nein! Oh mein Gott! Von... Von der Seite, ich glaub's ja nicht Oh mein Gott Alter Ja, ich hab die Seelen, hätte ich sowieso nicht wiederbekommen Alter Ja, gut Ja, toll Wir sehen uns gleich Moment Und jetzt geht es weiter Runde Nummer Vier Drei Keine Ahnung Ich weiß nicht, was letztes Mal passiert ist, aber Vielleicht muss das ja so sein gewesen Haben Ach, jetzt ist das Ding auch diesmal geplatzt Hm Ich weiß nicht, wie auch immer ich das überlebt habe Ja, tief Tauchen, tauchen Was ist das denn? Boom, 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 boom Komm her, gib mir deine Eier Waaa, was, 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 was Oh Okay Okay, 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 okay Nein, nein Haha, diesmal kriegst du mich nicht Oh, oh Oh, oh Oh, oh Okay, das war knapp Oh, oh Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Ach, dein Säurebart Dein legendärer Säurebart Ist das ein Säurebart überhaupt? Ah, du mit deinem Durchfall Mann Äh, Download meinte ich, Download Oh Oh nee Oh nee Oh 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 Okay Ja Ja Oder Ja Gut Nicht gut Äh Äh Ist das nun gut oder nicht gut? Bist du hinten offen, unten oder so? Nein Äh 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 Entschuldigung, wenn ich nicht laut kommentiere, ich muss nachdenken Ja, wie schade ich dem Ding jetzt, wenn es keine Eier mehr hat Ja, und jetzt? Ich dachte schon, der fällt nach hinten Ah Okay, das Ding verlangsamt mich Wie geht's? Oh Oh Okay Nein, ich habe ja... Oh oh Ich habe ja die... die Armbrust ja noch... Oder ist das gut? Ist das vielleicht gut? Äh Äh... 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 Oha 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 Ah Ah Komm Oha Ich schwitze Hilfe Äh... Äh... Wo sind die nächsten Dinge überhaupt? Ja, ja Toll Äh... Irgendwo am Nacken, ne? Oder hier? Nein, das fehlt nicht mehr Aha Was? Okay 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 Toll Äh... Toll, jetzt komme ich da nicht nach hinten Aha Gibt's doch nicht Gibt's doch nicht Der auch Jaa... Jaa... Braus zu springen Boah Wie alter Meine Hilfe Äh... Jaa... Wie weiter? Äh... Ich sehe die Beine sind noch... Irgendwie... Äh... Verletzlich Oho Nein, das ist die Armbrust! Verdammt! Aber ich merke schon, ich sehe da die Schulter Jaa... Okay... Und die Beine dort? Ach, nicht das schon wieder, Mensch! Nein, doch nicht da hinspringen! Oh mein Gott! Wow! Jaa... Es hat einen davon... Jaa... Ah... Hier schauen wir auch! Ach... Toll Bombenbeschuss und so... Toll! Jawoll! Dann noch den anderen Arm Wenn ich es richtig gesehen habe Jaa... Nein! Auf der Fuß! Na los! Wo ist ich da hinten? Na los! Na los! Ach... Mann! Spielverderber! Gut, dann auf zum richtig Bein! Ey, was springst du denn? Mann! Mann, Mann, Mann! Jetzt gleich, Moment! So! Challenge Time! Ich rasche! Einfach rein rennen! Und genug die Eierboxen! Mal gucken, ob das Schlaue ist! Vermutlich eher nicht! Aber... Mal gucken, seid ihr auf! Nimm ein... Das ist ja! Das ist ja! Buh-bye! Buh-bye! Ah! Ey! Danke! Sehr lieb! Okay, ich sollte vorsichtiger sein. So, ja, schöne Musik. Schön, dass du spielst. Oh, toll! Ach, das gibt's doch nicht! Nein! Was? Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jawoll, dann hier ist der Fuß. Achso, nein, das war nicht der Fuß, der Fuß hatte ich schon. Das nächste war, wo? Irgendeine Hand, ne? Äh, war das die da? Nein. Hä? Das? Nein. Muss ich warten, bis er sich hinlegt? Nein, doch, da, hier. Oder? Ah, ich mache wieder einen Bodyjump. Oh, das war mein Fuß an dem Stuhl, falls man das gerade gehört hat. Da am Bein ist noch ein... Oh. Ich sehe nichts. Was? Nein. Nimm das Schwert. Oh, ne? Manchmal. Nein. Feuerbombe hat nichts gebracht. Oh, da, Herr. Das ist jetzt so. Oh, da, Herr. Oh, da, Herr. Oh, da, Herr. Oh, da. Oder hat sich wieder hingelegt? Ja! Sehr gut. Was ist das letzte Ding da? Weil das war durstig. So. Na, Zeuberei ist alle. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er sich nach hinten lehnt. Äh. Oder dass er sich wieder hinschmeißt. Komm her! Mach einen Body Jump! Komm! Mach down! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Was ist das jetzt? Was ist das jetzt gewesen? War das der Move mit dem er mich zum ersten Mal getötet hat? Oh! 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 Okay. ich hab kurz die orientierung verloren müssen sich schauen wo die fahrse ist sehr gut nein war das nicht hier irgendwo verdammt ach die fersel nein machte wieder sein dampfbad so komm her du jawoll ja 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 er wird das alles zerstört ja ok seele des fluchverderbten kotholz ist kurz wieder hergestellt ja wandlungsofen aha augen schafft freigeschaltet fluchverderbtes kotholz ja warte mal ja ja oh mein gott länger hat das jetzt gedauert keine ahnung äh ach und da ist ein lagerfeuer sehr gut oh 16.000 seelen boah hey hoch ich hab noch seelen von irgendwo erhalten so was ist das hier heim und knochen nicht das überrasse brüdernd kriegsgott holzschutz oh ich fühle mich geehrt na dann mal schauen so was ist so besonders anwesend im moment erst die statistiken An sich kann ich ihn tragen, sehr gut. Waffenfertigkeit. Oh. Kriegsgott Holzschild. Waffenfertigkeit, okay. Aha, vier. Gewicht vier. Oh, ist er sogar leichter. Ja, weil er aus Holz ist, macht Sinn. So, Gegenstand-Info. Ein mit Metall verstärkter Holzschild. Der größte der Standard-Holzschilde. Oh. Das bizarre Muster auf diesem Schild beschreibt einen wahnsinnigen Gott, der ihn in entlegenen Regionen als Kriegsgott erhebt wird. Fertigkeit, Waffenfertigkeit. Ja, okay. Okay. Soll ich ihn mal anziehen? Oh, alte Taste. Hm. Ein bisschen zu gebogen für meinen Geschmack. Ey. Wow. Ah ja. Okay. Soviel dazu. Den haben wir endlich geknackt. Ja. War vermutlich ein Nussbaum oder so. Wie? Gut. Ja. Liegt hier noch was herum oder so? Mal schauen schnell. Wie komme ich jetzt... Ah, da, da. Hilf mir meine Zunge. Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Aber, boah, dass das gesamte Ding hier einbricht, ne? Alter, binne. Oh. Hier liegen eine Menge Leichen. Heilige. Das sind ja nur Leichen. Okay. Boah. Ja, das war ein sehr ereignisreicher Tag. Am Opferaltar beten? Äh, nicht. Gleich. Ja, Leuchtfeuer entzündet. Yay. Am Opferaltar beten. Bande der Wirbelsäule darbieten. Oh, Moment. Stimmt ja. Warte mal, warte mal. Ich hab ja... Ich hab ja was bekommen. Ich mach gleich aus. Moment. Von dem einen Invasator, den ich ja gekillt habe, ne? Äh. Was war das hier? Bande der Wirbelsäule. Bestehende Knochen. Beim Töten in anderen Welten gefunden. Warum... Warum sollte ich das machen? Was denkst du das? Ich glaube, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und Tschüss. Oh. Oh, Strecken. Heiliger Bimpern. Wie heißt das Ding hier überhaupt? Senkengrub. Hm. Okay. Ja. Ciao. Ne? Ja. Wie heißt das Ding hier? Wie heißt das Ding hier? Wie heißt das Ding hier? Vielen Dank.